So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, Herzlich Willkommen. Wir legen direkt los, eine neue Nachricht, die wir hier als erstes besprechen. Behandelt mal wieder meine Lieblingspartei in Deutschland, die Grünen. Und hier im Speziellen ihre Vorsitzende, Annalena Baerbock. Wir erinnern uns daran, Strom kommt oder wird in den Leitungen gespeichert und Kobold ist ja in den Batterien vorhanden. Solche Expertisen hat sie ja von sich gegeben. Und jetzt gibt es eine neue Sache, die hier von den Grünen mal wieder gefordert wird. Allen voran, wie gesagt, von ihr. Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik und sie fordert soweit auf, dass der Weiterbau der Autobahn A49 in Hessen, müsste die sein, soweit komplett gestoppt wird. Das soll der Bund wohl stoppen. Das, was da gemacht wird, bezeichnet der Verkehrsexperte der FDP als weltfremd, was ich auch so nachvollziehen kann, wie er das betitelt. Denn es hat doch nichts damit zu tun, dass jetzt hier die Autobahn nicht weitergebaut wird. Und da wird behauptet oder wird dann als fahrendscheiniger Grund vorangeschrieben, ja, dafür würde Wald gerodet und sowas in der Richtung. Für Windräder werden Wälder gerodet. Das kann es doch einfach nicht sein. So zum Beispiel auch in Hessen der Reinhardswald, zumindest ein Teil davon, wird ja soweit gerodet für Windräder. Dann gibt es zahlreiche andere Stellen in Deutschland, wo das Ganze passiert. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum dieses gut sein soll und dieses soll jetzt schlecht sein. Machen wir es anders. Wie ich finde, ich glaube, dadurch entlarvt sich die grüne Politik auch selbst. Denn wenn sie doch offensichtlich, wie sie es immer so ein bisschen versuchen zu verlautbaren, für Elektromobilität wären, dann würden sie ja sagen, okay, wir bauen mehr Landstraßen, die besser im Zustand sind, um weniger Ressourcen zu verschwenden. Sprich erstmal aktuell noch bei den Verbrennern weniger Spritverbrauch, schlechtere Straßen können ja auch eine Auswirkung auf die Reifen soweit haben. Das gilt ja auch für Elektroautos oder dass das Elektroauto dadurch auch schneller fährt, wenn eine bessere Autobahn vorhanden ist. Und genau so oder anders der Punkt, den ich am Anfang sagen wollte damit einfach. Ich glaube, und damit offenbaren sie ihr eigentliches Ziel, es geht den Grünen gar nicht darum, dass man überhaupt noch Individualverkehr in diesem Land hat. Das wird nicht gewünscht, das ist nicht erwünscht, das ist nicht das Ziel, das soll einfach nicht mehr der Fall sein. Das wollen sie uns hier komplett soweit nehmen, so habe ich einfach das Gefühl. Ganz interessant, dass so eine krasse, offene Aussage vom CDU-Generalsekretär, muss das sein? Genau, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak genannt wurde. Er sagt hier, Zitat, lebensfremde Spinnereien wären das wohl? Ja, das ist schon harter Tobak, das ist eine sehr, sehr direkte Aussage. Er sagt hier weiterhin, wir brauchen Planungsbeschleunigung statt grüner Baustoffs für Straßen und Autobahnen. Und da muss ich dem Mann hier an dieser Stelle wirklich komplett zustimmen, das ist ganz wichtig. Denn nochmal, wenn, also wir schaffen uns als aktuell noch ganz gutes Industrieland ja komplett ab, mit dieser grünen Politik, mit 20% Umfragewerten, da graut es mir vor der nächsten Bundestagswahl, da habe ich wirklich Angst vor, was da rauskommen wird und wie das hier weitergehen soll. Aber schreibt eure Meinung jetzt gerne unten rein. Ja, von als nächstes müssen wir über ein Thema sprechen und da wird vielen, wie auch mir persönlich, die Hutschnur platzen, wie man so schön sagt. Das ist, Politiker sind mittlerweile einfach so weit weg von uns, von uns als Volk, warum sie auch die Probleme nicht mehr nachvollziehen können. Woran liegt das? Sie haben diese Probleme nicht, weil viele Probleme in diesem Land sind mit Geld regelbar. So zum Beispiel Gerichtsverhandlungen, die ich jetzt hier oder auch Streitigkeiten mit Anwälten am Laufen habe, die kosten richtig viel Geld. Das kostet mich Nerven, das kostet mich Zeit, das kostet mich Arbeit und meine Ersparnisse. Ganz klar. Und genau so ist das auch bei anderen Sachen. Dann kommt hier wieder eine Mahnung, dann kommt hier eine Forderung, dann ist hier irgendwas, dann wird hier das, was weiß ich, irgendeine Rechnung, irgendein Beitrag, Versicherung fürs Auto beispielsweise wird erhöht, Krankenkassenbeitrag als Selbstständiger sowieso, auch immer ein großes Thema, wird mal wieder erhöht und da hat man andere Kosten einfach. Aber wenn du natürlich monatliche Salärs im fünf-, sechsstelligen Bereich hast, ja, sechsstellig ist übertrieben, aber fünfstelligen Bereich, ist das Leben einfacher. Da wird mir jeder Recht geben an der Stelle. Natürlich hat man auch seine Probleme, gar keine Frage, möchte ich nicht runterreden, aber Probleme in diesem Bereich, im finanziellen Bereich, sind deutlich geringer, finde ich. Ja, und jetzt hat sich Olaf Scholz hier geoutet und hat ein ganz interessantes Zitat gesagt, das ich euch wiedergeben möchte. Und das ist ein wörtliches Zitat. Wir halten fest, er ist Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Darauf kommen wir gleich nochmal. Zitat, ich verdiene ganz gut. Als Reich würde ich mich nicht empfinden. Okay, können wir erstmal so im Raum stehen lassen, weil Reich definitiv bestimmt jeder anders für sich. Zum Beispiel gibt es doch diesen reichen Milliardär mit dieser riesengroßen Yacht, so ein, ich glaube, ein russischer Oligarch, die längste Yacht der Welt, die hat so und so viel 100 Millionen gekostet. Abramowitsch oder irgendwie so heißt er, ich weiß nicht. Habe ich irgendwann mal vor Jahren was drüber gelesen. Und ein Millionär dagegen, der wird bestimmt sagen, ja, ich bin jetzt nicht reich, der ist reich. Der Herr Scholz bekommt, ich sage bewusst nicht verdient, laut Aussage hier von bunter Steuerzahler, rund 16.426 Euro pro Monat. Die Welt gibt hier ein bisschen anderen Betrag an. Sie sagt, das Bundesministergehalt wäre 15.194,61 Euro laut Nachfrage beim Bundesfinanzministerium. Und das ist auch, muss man wirklich sagen, eine ganz, ganz große Frechheit hier an der Stelle. Ich habe auf bundesfinanzministerium.de gesucht und geguckt, ob man dort irgendwo das monatliche Salär findet. Wenn ich es nicht gefunden habe, verlinkt es ganz gerne unten mal. Ich konnte es dort nicht finden. Dann lobe ich mir an der Stelle ehrlich gesagt bundestag.de, denn dort kann man die Abgeordnetenbezüge ganz offen einsehen. Und das ist auch richtig so, weil das sind immer noch irgendwo unsere Angestellten. Dazu kommen natürlich auch noch Aufwand zu Entschädigungen und sonstige Sperenzien. Genauso wie auch, dass sie natürlich hier ihr Ruhegeld, das heißt ihre Rente, ihre Pension, soweit exorbitant aufbauen. Und so schreibt nämlich hier der bunte Steuerzahler, Pension von 4.557 Euro pro Monat erhält ein Bundesminister, der mindestens vier Jahre lang tätig war. Überlegt euch das mal. 4.500 Euro brutto Rente im Monat. Wisst ihr, wie viele hundert Jahre man dafür placken muss? Also das ist nicht einfach möglich. Und runden wir es jetzt mal, weil der bunter Steuerzahler sagt, es sind über 16.000, die Angabe hier liegt jetzt bei 15.200. Machen wir es von wie aus auf 15.000 oder machen wir es auf 16.000 Euro. Bei 16.000 Euro wären das 192.000 Euro pro Jahr. Ich wiederhole das Zitat gerne nochmal von Mann Scholz. Ich verdiene ganz gut. Als reich würde ich mich nicht empfinden. Also es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Definitionen von reich. Es gibt ja geistig reich. Es gibt finanziell reich. Finanziell reich sieht er sich offensichtlich nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr reich. Das ist sehr viel Geld und das ist deutlich über dem Durchschnittseinkommen in Deutschland. Und das sagt einfach meiner Meinung nach schon ganz viel über diesen Menschen aus, wie weit er vom Volk eigentlich weg ist. Wenn sich jemand, der über 100, auch nur, nur in Anführungsstrichen jetzt schon, 100.000 Euro im Jahr verdient und es sind bei ihm, gehen wir von 180.000 Euro aus, das wäre abgerundet auf 15.000 pro Monat, aber nicht als reich bezeichnet. Wann sollst du denn dann reich sein? Halbe Million? Eine Million? Also gerade in der SPD? Unvorstellbar. Unvorstellbare Aussage. Schreibt eure Meinung gerne dazu unten rein. Ja, Freunde, als nächstes gehen wir nochmal hier auf die aktuelle Situation, aktuelle Lage in Deutschland ein. Virologe Martin Stürmer hat jetzt hier soweit auch gesagt, Einreisebeschränkungen innerhalb Deutschlands werden notwendig sein. Also ihr seht, dass die Panikmaschinerie läuft hier auf Hochtouren. In Berlin sind jetzt vier Stadtteile laut RKI auch Risikogebiete. Das ist Berlin-Mitte, damit hat sie angefangen vor ein paar Tagen. Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und auch noch Tempelhof-Schöneberg gehören dazu. Laut der Gesundheitsverwaltung von Berlin sind es Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln, also Tempelhof-Schöneberg noch nicht. Auch interessant, wie unterschiedlich hier die Berechnungen aussehen. Also keine Ahnung, das ist, ja, es liegt nämlich hier laut der Gesundheitsverwaltung von Berlin bei 49,9, damit unter den 50 auf 100.000 Einwohnern bezogen. Leute, 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 ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Wir dürfen uns bald nicht mehr hier bundeslandübergreifend bewegen. Oder wie soll das dann auch ablaufen? Gerade Berlin ist dafür so ein krasses Ding, wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin-Mitte arbeitet und fährt dann nach Hause in einen anderen Stadtteil. Ja, wie soll denn das funktionieren? Sollst du dann in Quarantäne 14 Tage gehen? Dann kannst du ja nur einen Tag arbeiten. Also da gibt es ja noch gar keine richtigen Ideen oder sonst was, wie das umgesetzt werden soll. Also ich finde das ganz, ganz krass und auch beängstigend irgendwo, das, was die daraus machen. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung unten gerne in die Kommentare. Daumen hoch fürs Video, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es getan habt. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten. Ciao.